Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir möchten den bevorstehenden Jahreswechsel zum Anlass nehmen und uns bedanken für das Interesse, das Sie unserer Informationssendung das ganze Jahr entgegengebracht haben. Danke möchten wir selbstverständlich auch für das Vertrauen, das Sie GOB Tag für Tag durch Ihre Einkäufe schenken. Und in diesem Moment gibt es uns auch die Gelegenheit, das GOB-Hilfswerk vorzustellen, das sich seit über 40 Jahren für die Bergbauern und ihre Familien einsetzt. Die GOB-Batenschaft hilft zusammen mit den vielen Mitgliedern und Spendern bei Sanierungen von Hof und Stall, bei Neubauten, Erschliessungen oder zum Beispiel auch bei Unwetterkatastrophen. Ein besonderes Anliegen der GOB-Batenschaft ist die Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen der Bevölkerung im Berggebiet. Sie soll aber auch die Selbstständigkeit und die Initiativen der Bergbauern fördern und so die Abwanderung ins Tal stoppen. Diese junge Bergbauernfamilie hat in langjähriger Arbeit und mit viel persönlichem Einsatz ihr erhaltenswertes Heim renoviert. Nah und nah sind die Wände und das Dach isoliert worden. Es hat neue Fenster gegeben und auch ein geheiztes Badezimmer und eine rechte Küche sind jetzt zur Verfügung. Besonders im Winter praktisch ist der direkte Zugang zum Stall, wo, neben dem Lohn für die Arbeit im Wald, die Haupteinnahmequelle der Familie ist. Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, können ebenfalls Mitglied der GOB-Batenschaft werden, und zwar mit der Beitrittserklärung, die jetzt diese Woche in der GOB-Zeitung ist. Oder Sie können direkt eine Spende einzahlen, wenn Sie diese Telefonnummern wählen. Jeder gespendete Franken bleibt übrigens im Franken-Wild-GOB, nämlich sämtliche administrativen Kosten übernimmt. Damit wären wir am Schluss vom Mittwochstudio. Wir wünschen Ihnen nächsten Samstag einen guten Rutsch. Und wünschen Ihnen im neuen Jahr alles Gute. Wie immer zeigen wir jetzt noch ein paar Aktionsangebote, die Sie sicher gut brauchen können. Für uns war es die letzte Sendung. Adieu miteinander. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei GOB Zwei Dosen Midi-Gastronom-Gemüseplatten mit Eierschwemmen statt 6 Franken nur 4,60. Eine Goldstar-Waschernenturte Vanille-Eperi statt 13,90 nur 11 Franken. Und eine Goldstar-Schwarzwälderturte statt 87 nur 6 Franken. 100 Gramm Lachsforellenfilet geräuchert für nur 4,50. Emmentaler 1H-Qualität 100 Gramm nur 1,45. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag Bananen per Kilo nur 1,50. Und das ist nochmal die Nummer, wo Sie Ihre Spende für die GOB-Batenschaft anmelden können. Die Leitungen sind bis am 10 Uhr offen. Wir danken Ihnen schon jetzt im Namen der Schweizer Bergbauern. Adieu miteinander.